Buongiorno hier aus dem Hallo Erde Hauptquartier. Das ist der Tim. Und das ist der Mattel. Und wir haben einen neuen Song gemacht, der heißt Wenn Mädchen tanzen. Wir hören mal rein. Wir sind gerade beim Mix der neuen Platte und das ist aber rausgekommen. Rock wie Schwein. Die geilen Keyboards sind übrigens von Jean-Michel Tourette von Wir sind Helm. Da zu hören. Wir wollen ein Video drehen. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Und in dem Video soll genau das passieren, was in dem Text vorgum, nämlich dass Mädchen tanzen. Mädchen aus aller Herren Länder. Aus allen Kontinenten. Afrika. Asien. Europa. Beneluxstaaten. Hübsche Mädchen. Interessante Mädchen. Alte Mädchen. Männliche Mädchen. Weibliche Mädchen. Alle, die mitmachen wollen, sind herzlich willkommen. Ihr müsst einfach nur verrückt tanzen. Oder cool oder von mir ist, könnt ihr auch Ballett machen. Also was ihr so am besten drauf habt. Genau. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schickt uns eine Mail an mail at infinite music. Und wir schicken euch den Song und sagen euch, wo ihr eure Video hochladen könnt. Ja, war doch nicht schlecht. Fand ich auch. Ja. 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 Ja.